Das ist Patrice, euer neuer Bachelor. Und jetzt spielen wir, wer würde ich eher daten und wer nicht. Okay. Und dann eher Kandidatin Nummer 1. Weil mir die Ausstrahlung ein bisschen besser gefällt. Also ich bleibe immer noch bei Linda Fee, auch bei der zweiten Kandidatin. Oder bei der dritten. Da würde ich mich wahrscheinlich für diese Damen entscheiden, weil sie einen mega schönen Körper hat. Und da würde ich eher bei Milo bleiben, anstatt wechseln. Weil Frau Rindenknecht steht eher auf Frauen als auf Männer. Da würde ich auch wieder eher bei Milo bleiben, anstatt zu der Ragazzi zu wechseln, weil sie auch weniger mein Typ ist. Ja, da würde ich wahrscheinlich immer noch bei Milo bleiben, anstatt zu der anderen wechseln. Weil sie auch weniger vom Typ, der meiner ist. Sie ist, glaube ich, eine Sängerin aus irgendeiner Band, aber ich weiss nicht wer. Aber sie hat eine sehr hübsche Ausstrahlung. Aber ich glaube, Milo gewinnt immer noch. Definitiv auch noch Milo. Die sagt mir, gar nicht, kenne ich nicht mal. Ich glaube, da würde ich immer noch Milo daten. Anstatt Patrick Segel. Ja, an dem Fall habe ich mich für Milo entschieden. Sie hat gekommen, zwischen all diesen hübschen Frauen. Alles klar. Wir sehen uns, okay.